Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, ich bin Akin Joffer, König von Zamunda. Du bist mein Thronfolger. Ja, mein Sohn. Er ist angeblich sowas wie der Prinz aus Wukanda. Wukanda ist ein erfundenes Land. Gar nicht, für mich nicht. Zamunda hingegen existiert wirklich. Ich brauch sicher keine Almo. Blick mal. Alles klar, ich geh da mal packen. Okay, Baby. Jahu! Ich präsentiere König Akin, Sohn aus Amerika. Und meine Mamsi. Und seine Mamsi. Kinder, das ist euer Bruder. Hey, Königin. Sorry, dass ich mit deinem Kerl gepennt hab. Das war bevor wir uns kannten. Du bist ja auch nicht der allererste Mann, mit dem ich zusammen bin. Sicher, ich habe... Was sagst du da über andere Männer? Coming to America, now it's coming to me. Ich hab immer gedacht, dass Mika mal Königin wird. Eine Frau darf Zamunda nicht regieren. So ist das Gesetz. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass Mika dein Erbe antreten wollte? Du wagst es, mich aus meinem eigenen Schlafzimmer zu verwandeln? Was ist los, Junge? Alle prügeln auf mir rum. Meine Familie ist sauer auf mich. Du musst stark sein. Und General E.C. würde nichts lieber tun, als mir Zamunda zu entreißen. Ein bisschen höher! Klatsch, dir die Hände! Hört sich gut an. Und nochmal! Die Party ist am Start! Dein Stil ist in meinem Reich fremd, das gebe ich zu. Aber er ist beeindruckend. Gut, so. Ja, sehr schön. Jetzt musst du mal sagen, hey ho! Hey ho! Oh, nein, ho heißt das zu seiner Mutter. Ach so. Man sagt nicht. Nein, nicht zu seiner Mutter. Er ist fast so weit, ein Prinz zu werden. Warum fast? Die Zeit ist reif. Zeremonielle Beschneidung. Bringt mir die königische Machete. Machete? Dir wird der Stift angespitzt, Neffe! Ich habe größer Weltkirche. Er ist fast so weit, ein Prinz zu werden.